Es ist ja bekannt, dass das Update sehr viele Fehler mit sich gebracht hat und auch eine sehr lange Wartungspause. Für all die es verpasst haben, guckt mal hier oben rechts, da könnt ihr euch das gerne mal angucken. Eine Sache, die ich vergessen habe, war nämlich Maggie. Und zwar, Maggie hat ja hier die Designs für unseren Straßen verkauft, für den LKW und fürs Haus. Und die sind bei den Bugs auch kaputt gegangen. Jetzt gibt es eine Kompensation für diese Fehler. Und zwar kriegt jeder Spieler folgende Sachen, also richtig, richtig gute Sachen. Man kriegt 56.000 Münzen, 55 Diamanten, dann kriegt man 8 mal den grünen Gutschein, 3 mal den blauen, 1 mal lila und 1 mal den goldenen. Das ist die Kompensation für den Maggie Bug, welche ich echt gut finde. Also besser als nichts auf jeden Fall und die 55 Dias und die Coins kann man auf jeden Fall mitnehmen. Zusätzlich dazu, damit man sich auch alles neu kaufen kann, hat Maggie alles auf 75% reduziert. Und ja, das ist erstmal richtig cool. Also alles, was man hier macht, ob man jetzt hier neu macht oder nicht, kann man sich aussuchen. Und ja, da werde ich auf jeden Fall im Sammelbuch hier meine Geburtstagsdeko auf jeden Fall hier erneut anbringen. Denn ja, das ist auf jeden Fall jetzt eine gute Sache, das zu machen. Ja, das ist die Kompensation für den Maggie Bug. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr betroffen seid. Natürlich bekommen nur die, die das erstattet, die auch betroffen sind von dem Bug. Also nicht jetzt jeder, sondern nur die, die halt alles entzogen bekommen haben. Die Kompensation hat jetzt gestartet, deswegen solltet ihr es jetzt noch nicht bekommen haben. Wartet einfach ein bisschen. Ich denke mal im Laufe des Tages oder spätestens Mittwoch oder Donnerstag werdet ihr es haben. Ja, das war es vom Video. Wenn euch das gefallen und ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben, Abo da würde mich sehr freuen. Wünscht euch einen schönen Tag, haut rein und ciao! Wünscht euch einen Daumen nach oben, Abo da würde mich sehr freuen.